jo Leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und somit herzlich willkommen zur neunten folge ist das die neunte folge ich glaube es ist die neunte folge von clever bot staffel zwei und wir starten natürlich heute rein mit der neunten folge und ich bin sehr gespannt was für dämliche konversationen wir heute kriegen deswegen ich würde sagen lehnt euch zurück haupt spaß und wir starten rein mit clever bot let's go ich schreibe jetzt als allererstes halt erstmal die standard sachen halt erstmal guten morgen ich kann nicht schreiben im übrigen so guten morgen gut geschlafen fragte clever wort oder was das es geht schon wieder los ne ich ich aber nicht dahin wir heiraten dich dahin ein und dann gar nicht etwas zu freitiger ich habe ich habe die 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 frage die frage die frage die frage die frage die weil auch so heil da es hat aber nein ich will nicht ja dankeschön ich auch nicht ja juckt mich nicht es ist sehr ist eine sehr bescheuerte konversation merke ich gerade perfekt ich mache jetzt einfach hier wieder auf nett so ich frage was machst du so schreibe dir und du mit mir natürlich er weiß was ich mache ich jetzt fast einfach mit öl geschrieben die heißen keine ahnung irgendetwas der john rayland oder wer ist john rayland 16 aber passt ja wir beenden das ganze glaube ich hier also ich weiß jetzt siehst du ganz was ich darauf sagen so eine ich weiß was ich schreibe tschüss wer hat gefragt und ist mein kampf schon wieder ich schluss ich werde clever wird existieren würde rechts links doch doch oder ja wahrscheinlich hängt der apple bot ja mann der clever bot mit siri zusammen ich kenne sie waren jeder der apple kensiri weil ich gehe jetzt habe ich den neuen hoffentlich aber scheiße wir haben nicht den klären oder sie aus wir haben keinen neuen clever bot bekommt das fackt mich jetzt irgendwie kommt jetzt ab ähm ich hab jetzt einfach mal wie geht's dir vielleicht kriegen wir dadurch jetzt neun oder so 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 weit da ganz gut und mich endlich ein normaler clever bot welche farbe hat meine wasserflasche durchsichtig übrigens nicht wundern wahrscheinlich werde wird die mikrofon qualität im nächsten video besser das ist jetzt einfach gerade weil ich mein setup tatsächlich nochmal wieder umgestellt habe vielleicht sieht man das dann auch in dem stream der warte mal wenn wenn ihr das video seht dann war ich dann bin ich schon live gewesen ganz ehrlich ich weiß nicht mehr was ich mit clever schreiben soll leute ich würde sagen das war's mit dem video und wenn es euch gefallen hat lasst ein like und ein abo da und ja ich würde sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denn tschüssi ja 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 Bis zum nächsten Mal.